Jetzt gehts los! Bist du werfen mit meinem Team? Nein, ich studiere natürlich. Ich mach... Achso, ich bin der Spieler. Ich hol mal einen Spizzi. Wo ist der Spizzi? Geh mal, Aquarius. Geh mal, Aquarius. Also ich hab einen Scherzschlag-Sensor in der Lauti Mitte. Lauti Mitte ist ziemlich cool. Scheiße. Haben wir noch gesehen? Die Griffe. Scheiße. Dort. Da ist so viel. Wo ist die? Also die Gegner meinen jetzt, dass es in Pirate Zone ist. Okay. Ich bin tot. Ich bin tot. Ich bin in der Giftmenie reingekommen. Er hat es direkt von Luftschacht gelegt. Und die Fieses auch. Ja. Okay, jetzt war das dann nicht mehr da. Jetzt war das nicht mehr da. Ich bin tot. Irgendwie ist ein Fehler. Da habt ihr den keinen. Da kämpft man oder nicht? Das ist so eine Mini, oder? Die muss gerade nicht weg. Das ist ein Schalter. Achso. Ja, aber da sollst du dir unbedingt drunter stellen. Nein. Achso. 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 Jetzt wird es mal wieder. Scheiße. Ist das ein Problem? Komm mal, ich habe ein Problem. Was ist das Problem? Dein. Nee. Die, die Zeit lang steht. Ich bin ein Problem. Der muss nachher. Wir haben uns da gesagt. Er wird die Zeit lang gelegt. Ich bin der Fall. Du wirst zu machen. Der muss nachher auswenden. ner du nur. ... Na, ist das nicht. Die Zeit lang ist der Fall. Dann grünscht. Ja, das ist so krass. Das ist so krass. Was war das so krass. Du wirst du verreicht? Mh hps. Ja, ich war irgendwie unter Cäsar. Da wollte ich vor. Ach, ich wollte irgendwie das Ding wegmachen. Ich wollte ohne Irakkanade entspannen. Erinnerst du mich denn da? Ohne Irakkanade? Dass ich Irakkanade ausschalte. Ach! So kommt mein Pirates rein. Von dem Bereich rein. Jetzt hab ich's... Ah, Abmehl. Ich bin vielleicht ziemlich nah an dir da, oder? Aber egal, locken noch. Mach ein bisschen Rallau oder so. Schmeiß ein Snog. Du weißt, wie's bist, oder? Schmeiß einmal Snog. Snog? Einfach ehrlich. Ah, jetzt kommt der. Dann würde ich schon jetzt nicht einbinden. Ja, ich hab... Es ist aber noch nicht da. Gut, wir helfen. Wie fühlen wir? Na ja, das... Lassst du euch... Ich geh... Ich geh... Wunderstehende. Wie geht's, Cäsar? Der Lapp... Warte... Ah, der wurde... Warte... Die Lüftgeschichte, die den in den... Wenn ich jetzt nicht benutze, die wohnen jetzt auch in den... Die docken. Also ohne das docker, oder das ist eigentlich Cäsar gesparen? Nö. Nein, der geht recht in den Festplatten. Scheiß. Scheiß. Nein! Ach, du bist für den Köder, oder was? Nö. Nö. Mach mal... Mach mal die Festplatten hin. Okay. Einmal die... 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 Ich hab' mich nicht gesehen, aber... ob einbrachter kam. Ja, was? So... Ich hab' mich gesehen, ob er dann kamen. Der Prozessor. Zumindest. Okay, dann müssen wir das, hm... Jetzt kommt noch eine Prozessor. Warte... Keit' wieder. Ja, ja... Jetzt. Da rechts, rechts. Was findest du? Abschluss. Abschluss? Ja. Ja, ich kann es aus Juppe. Jetzt gehst du da hinten zum... Ja, für den da vorne, der zeigt dir da was auf die Wäser. Okay, bitte schön. Würde ich dir sagen. Das sieht schön aus, wenn du innen drin bist. Ich esse das schon. Das ist schon beim Züge. Ich esse das gut, oder? Das war lustig. So geil. Zählst du schon kein Züge. So, jetzt. Mach halt den unteren Blut. Mach bloß den unteren und gnei dich hin. Du brauchst bloß den unteren Mauer. Ja, das ist schon. So, da kommt aber noch keiner. Ich esse das nicht. Ich esse das nicht. Wo weiß ich diese. So, ich mach mal Technikraum. Raum. Ach, der ist ja nicht dicht bei mir. Ah! Warum stellst du da nicht auf du Sack? Ich hab jetzt eine Galaten ins Gesicht eingehört. Ist der unter den da bei dir? Ja. Ja, du bist sichtbar. Wo ist er noch? So, ja. Na, schau mal obi. Ich könnte mir vorstellen, dass er drücken kann. Das ist dann bestimmt der Stefan. Aber ich komm mal zu dir. Warte. Bleib mal noch in Deckung. Ja, da ist einer. Ja, das bin ich. Ja, das ist der andere, aber der ist irgendwie ziemlich. Wann wird mir den ja nicht dort sein. Da ist keiner drin. Ja, das ist stylig. Ja. Das ist ja. Aber was auf mich läuft, oder? Ja, da kommt sowieso. Ja, da kommt sowieso. Ja, das ist ja meine Schleiche. Schleiche. Hinknien und langsam. Scheiße. Oder der? Ja, das schlafen wir mal rein. Das oder? Ist das eine Minute? Ja, geh mal langsam weiter rein. Oder langsam. Das geht gleich drin. Das geht weg. Ja, der ist jetzt direkt unter dir. Ich habe nur was angeklappt. Wenn ihr ihn nur ausgestattet, schlaft ihr. Dann traf die. Gut, geh, geh geh. Ja, geh geh. Geh, geh geh. Geh, geh geh geh. Nein, nein! Okay. Ah, da nur einer. Okay, ich gehe aus. Und der Technik, dann... Oh, oh! 5 Sekunden, wir kommen jetzt in Technik auf, schon einige, gell. Äh, Mini-Ding. Ja, von rechts. Hi. Ach, weets. Hast du noch ein Blick? Ja, ja. Zehn und du dir das, ja. Ah, und dann ein anderer Ubau. Oh, hör mal jetzt. Bist du noch knapp? Bist du noch knapp? Bist du noch knapp? Bist du denn? Ich würde am Anfang dann nicht dein Tool dann wieder Zahnbetschen lernen, sondern Ja So, natürlich Gutes Timing Ja, jetzt weiß ich nichts, dass du den nicht machen soll Ja, ich würde mal immer noch schnell eins machen Auch Granate Granate Das bleibt doch die Gutes Zeit Schnee ist ne schlechte, ne? Der ist scheiße Also ich nehm auch Backpack, Granate, Mine und Spy Tracker, aber halt nicht Also man ist leichter Ich nehm halt Kameranetz und ul o oder oder für hier hier . Vielen Dank.